Guten Morgen aus Mainz an diesem 26. Juli. Vollgelaufene Keller in Mainz, Kandidatenknappheit für die Kommunalwahl 2024 und gefährliche Zwischenfälle am Frankfurter Flughafen. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Am Dienstagmorgen führte anhaltender Regen dazu, dass mehrere Kanäle in Mainz an ihre Kapazitätsgrenzen stießen, vor allem in Rheinnähe von Alt- und Neustadt. Innerhalb kürzester Zeit erreichten zahlreiche Notrufe die Feuerwehr, als Straßen rund um die Rheinallee kniehoch unter Wasser standen. Keller und Tiefgaragen wurden überflutet und die Feuerwehr rückte zu insgesamt zehn Einsatzstellen aus. In der Wallausstraße, am Feldbergplatz, in der Neckarstraße und entlang der Rheinallee kämpften die Einsatzkräfte gegen die Floten. In einigen Kellern erreichte das Wasser sogar eine Höhe von über einen Meter. Die Feuerwehr setzte Pumpen ein, um das Wasser aus den Gebäuden zu entfernen. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr bekamen Unterstützung von den freiwilligen Feuerwehren von Weisenau, Mombach, Dress und Marienborn, die gemeinsam die Schadensbeseitigung vorantrieben. Es blieb unklar, ob auch Fahrzeuge in den überfluteten Garagen beschädigt wurden. Nach intensiven Einsatzstunden und sinkendem Regenpegel entspannte sich die Lage ab 13 Uhr. Die Rhein-Ferrenierstein ist vorerst gerettet, doch die Sorge bleibt. Fährbetreiberin Cornelia Dries kämpfte monatelang gegen drohenden Konkurs. Baustellen auf beiden Uferseiten führten zu drastischen Fahrgastrückgängen. Dank finanzieller Hilfe von Rheinland-Pfalz und Hessen konnte die Fähre vorerst gerettet werden. Doch zum Jahreswechsel droht erneut eine Baustelle auf hessischer Seite. Trotz der Hilfe bleibt die Zukunft ungewiss. Dries und ihr Team haben immense Verluste erlitten und auf private Rücklagen zurückgegriffen. Ein öffentlicher Hilferuf führte zu großer Unterstützung Erkennung der Fähre bei Anwohnern. Die Kunden kommen langsam zurück, aber neue Bauprojekte könnten erneut für Einbußen sorgen. Wenn der Mainzer Stadtrat im Oktober zu seiner nächsten Sitzung zusammentritt, wird die Statistik leicht verändert sein. Die bislang schon größte Fraktion der Grünen wird dann mit Maurice Konrad und Tim Avemarie Scharmann zwei weitere Mitglieder aufweisen und damit die Zahl ihrer Stimmen von 17 auf 19 erhöhen, wie am Dienstag bekannt wurde. Seit der Kommunalwahl 2019 bildeten Konrad und Avemarie Scharmann die Fraktion Piraten und Volt. Nun wird Konrad zum August Parteimitglied bei den Grünen und schließt sich ihrer Fraktion an. Konrad will sein Klima und querpolitisches Engagement hier weiterführen. Die Polizei musste am Dienstag beim Streik der Lastwagenfahrer an der Raststätte Greffenhausen-West an der A5 erstmals eingreifen. Wie die Polizei berichtet, waren alle drei Wege über die Raststätte mit Lastwagen versperrt, daraufhin mussten Einsatzkräfte einschreiten. Die streitenden Fahrer hätten sich kooperativ gezeigt und die Laster schnell weggefahren. Weil der Platz für rund 70 Sattelzüge knapp ist an der Raststätte Greffenhausen-West, wollten wohl einige Männer ihre Gefährte an die Rastanlage Greffenhausen-Ost auf der anderen Seite der A5 stellen. Seit vergangenem Dienstag streiten die Fahrer einer polnischen Spedition an der Raststätte Greffenhausen-West wie schon vor drei Monaten. Die Männer fordern wie erneut von ihrem Arbeitgeber nicht gezahlten Lohn. Am Dienstag seien noch keine Zahlungen der polnischen Spedition bei den Fahrern eingegangen. Dennoch zeigten sich die Fahrer kooperativ, sie übergaben sechs Lastwagen an die Spedition. Am Frankfurter Flughafen häufen sich gefährliche Zwischenfälle bei Landeanflügen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung BFU stuf zwei dieser Ereignisse als schwere Störung ein, da sie beinahe zu Unfällen geführt hätten. Im ersten Vorfall im Juni kämpfte eine Boeing 787 Frachtmaschine bei einem heftigen Gewitter mit gefährlichen Seitenböen und musste die Landung abbrechen. Die Maschine geriet außer Kontrolle, doch der Pilot konnte sie in letzter Minute stabilisieren. Der zweite Vorfall ereignete sich Anfang Juli, als ein Airbus A319 irrtümlich auf eine Rollbahn statt auf die Landebahn geleitet wurde. Der Fehler wurde rechtzeitig bemerkt und die Landung erfolgte sicher. Ein weiterer Zwischenfall im Juli führte dazu, dass der Flugkapitän eines Ferienfliegers während des Landeanflugs handlungsunfähig wurde. Der erste Offizier übernahm die Kontrolle und landete die Maschine sicher. Der Kapitän wurde sofort in eine Klinik gebracht. Die BFU untersucht diese Vorfälle eingehend, um mögliche Ursachen und Lehren für die Zukunft zu ziehen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de